Was glaubt ihr eigentlich, was die größte rechtsextreme Gruppe in Deutschland ist? Es ist nicht die NPD, es ist keine freie Kameradschaft, es sind die türkischen Faschisten von den Grauen Wölfen. Und wer die sind und was ihre Geschichte ist, darum geht es heute. Die Grundideen der Grauen Wölfe reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, ins späte 19. Jahrhundert, als viele türkische Offiziere nach Europa geschickt wurden, nach Westeuropa, nach Deutschland, nach Frankreich, um dort militärisch ausgebildet zu werden, um die osmanische Armee zu erneuern. Und dort kamen sie in Berührung mit neuen Ideen, unter anderem dem im Europa aufkeimenden Nationalismus. Und diesen Nationalismus, den brachten sie praktisch mit zurück ins Osmanische Reich, was ja klassisch kein Nationalstaat war, sondern ein Vielvölkerreich, wo es Türken gab, Araber, Kurden, Juden, Armenier, Griechen und so weiter und so weiter. Dort entwickelte sich daraus der türkische Nationalismus, der Gedanke, dass es einen Nationalstaat geben muss, in dem die Ethnie der Türken auf jeden Fall den Ton angibt und das ganze Reich praktisch oder der ganze Staat anhand dieser Ethnie ausgerichtet werden muss. Dieser Nationalismus war es dann auch, der während des Ersten Weltkriegs und danach zu Massakern und Völkermord an den Armeniern führte, an Aramäern und an den Griechen in Kleinasien. Die Geschichte der Bewegung, die wir als Graue Wölfe kennen, beginnt dann aber erst in den 60er Jahren. Und zwar spielt hier eine zentrale Rolle eine Person namens Alparslan Türkesch. Das war ein nationalistischer, rassistischer türkischer Offizier, der ironischerweise in den 40er Jahren als Vaterlandsverräter verurteilt wurde. Er musste nur eine sehr kurze Strafe absitzen. Er war einer der Offiziere, die 1960 die türkische Regierung wegputschte und selbst an die Macht kam. Wobei er sogar den anderen Putschisten zu radikal war und dann abserviert wurde. Er war dann zeitweise, glaube ich, sogar Militärattaché in Indien, um ihn so ein bisschen ruhig zu stellen. Er kam wieder zurück und ging in die Politik. Unter anderem trat er einer Partei bei, die er nach und nach umbaute und auf sich selbst zuschnitt. Er hat die Macht praktisch dort an sich gerissen und war fortan der Führer dieser Partei der Nationalistischen Bewegung oder MHP abgekürzt. Und das ist eigentlich so die Mutterbewegung der Grauen Wölfe. Was war ihre Ideologie? Die Ideologie war der Turanismus oder auch Pan-Turanismus genannt. Das ist eine Idee, dass die Türkei eigentlich Zentrum eines Turk-Reiches sein soll. Eines turksprachigen Reiches, das letztendlich bis nach Zentralasien reingehen sollte. Das die ganzen turksprachigen Völker unter der Führung der Türkei vereinen sollte. Es ist eine Ideologie, die maßgeblich von Rassismus und dem Gedanken einer Überlegenheit der türkischen Rasse geprägt ist. Die klassischen Hassobjekte dieser Ideologie und der MHP, das sind, ich muss jetzt schauen, dass ich alle überhaupt aufzählen kann. Es sind sehr, sehr viele Hassobjekte. Natürlich die Kurden, die Aleviten, die Griechen, die Juden, die Armenier, die Kommunisten, Freimaurer, die USA, das Christentum der Westen insgesamt. Also man sieht, die türkischen Nationalisten der Grauen Wölfe haben ein sehr, sehr weit gefasstes Feindbild und sind völlig davon überzeugt, dass die türkische Rasse die Überlegene ist und richten danach ihre komplette Politik aus. An dieser Stelle wäre es wahrscheinlich noch interessant zu sagen, warum eigentlich der Name Graue Wölfe. Das hat mit einem türkischen Nationalmythos zu tun. Es geht um die Zeit der Göktürken im ersten Jahrtausend nach Christus. Die hatten ein mythisches, großes Reich, also ein tatsächlich existierendes Reich in Zentralasien bis nach China rein. Und dem Mythos nach wurden sie eines Tages von ihren Feinden so zurückgedrängt, dass sie sich in ein letztes Tal flüchten konnten, wo sie sich praktisch zugemauert haben. Das Tal heißt Ergenekon. Und dann erst später wurden sie von einem Wolf oder einer Wölfin aus diesem Tal herausgeführt, triumphal, um ein neues Großreich zu erschaffen. Und dieses Bild des Wolfes, das ist der Gründungsmythos und das ist das Identifikationstier der Grauen Wölfe. Ein anderes Symbol sind die drei Halbmonde, die schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass die Partei sich in ihrem Verlauf dann auch dem Islamismus geöffnet hat. Die drei Halbmonde, die aus einer alten osmanischen Kriegsflagge stammen. Diese nationalistische Bewegung gründete in der Türkei dann ein Trainingslager, wo Zehntausende, also es gibt Zahlen von bis zu 100.000 jungen Männer hauptsächlich, militärisch und politisch geschult wurden, um in den Straßenkampf zu gehen. Und das taten sie auch. Und zwar sehr, sehr brutal. Genaue Zahlen sind natürlich nie bekannt, weil nicht alle Verbrechen verfolgt wurden. Aber man geht davon aus, dass es tausende Todesopfer dieser Grauen Wölfe gab. Natürlich unter den Randgruppen, die ich erwähnt habe, unter den Minderheiten, ganz besonders auch unter den Aleviten. Da fällt mir spontan das Massaker von Sivas ein, 1993, als bei einem alevitischen Kulturfestival hunderte graue Wölfe letztendlich auf die Menschen los sind, die Künstler in einem Hotel belagert haben, regelrecht das Hotel angezündet haben und verhindert haben, dass die Polizei es löschen konnte. Damals sind 37 Menschen getötet worden durch eben die Gewalt, die rassistische Gewalt der Grauen Wölfe. Und die Grauen Wölfe sind nicht nur in der Türkei tätig, auch in Westeuropa und zwar ganz besonders in Deutschland sind sie verbreitet. Man geht heute davon aus, dass etwa 18.000 Menschen in Deutschland dieser Bewegung zugerechnet werden können. Die sind nicht alle in irgendwelchen Parteien oder Organisationen vertreten. Viele sind es, aber nicht alle. Es ist häufig auch einfach eine ideologische Zugehörigkeit und ein Zugehörigkeitsgefühl. Das Symbol der Grauen Wölfe kennt ihr vielleicht, das ist der Wolfskopf. Also so ein bisschen wie das Heavy Metal Zeichen, nur dass wirklich so ein bisschen der Kopf eines Wolfes angedeutet wird. Und laut dem Gründer der Grauen Wölfe soll das bedeuten, der kleine Finger, das sollen die Türken sein. Der Zeigefinger, das ist der Islam. Dieser Kreis, der hier geformt wird, das soll die Welt sein. Und dieser Punkt, wo sich die Finger berühren, das ist der Stempel, der türkisch-islamische Stempel, den die Grauen Wölfe der Welt aufdrücken wollen. Und dieses Zeichen sieht man sehr oft bei türkischen Nationalisten, also egal ob Gedenkveranstaltungen oder auf Demos. Und dieses Zeichen wurde zuletzt auch von Präsident Erdogan auf einer Veranstaltung gezeigt. Dazu komme ich später noch. Auch in Deutschland und Europa haben die Grauen Wölfe Verbrechen begangen. Unter anderem ein Bombenanschlag auf ein armenisches Denkmal in Frankreich. Das Papstattentat von 1981 wurde von einem Grauen Wolf ausgeführt. Und in Deutschland sind auch wieder hauptsächlich die Minderheiten wie Aleviten und Kurden Opfer der Gewalt der Grauen Wölfe. Gleichzeitig versuchen die Grauen Wölfe, demokratische Parteien zu unterwandern. In Deutschland hauptsächlich die CDU und CSU. Dazu werde ich nochmal ein eigenes Video machen, was die deutsche Parteienlandschaft mit den Grauen Wölfen so zu schaffen hat. Aber zusammengefasst, ja, sie hatten zum Teil relativ gute Verhältnisse, gerade mit Franz Josef Strauß. Und haben so versucht, letztendlich Lobbyarbeit zu betreiben und sich in ein demokratisches System einzufügen, indem sie es unterwandern. In den 70ern gab es übrigens auch sehr gute Beziehungen zwischen der NPD und den Grauen Wölfen. Die deutschen Neonazis haben Geld überwiesen und Geld gespendet an die Bewegung. Und im Gegenzug sollte, es ist nicht klar, ob das wirklich passiert ist, im Gegenzug sollten deutsche Neonazis in den Trainingscamps in der Türkei militärisch ausgebildet werden. Heute ist die MHP, die Partei der Grauen Wölfe, übrigens verbündet mit der AKP, der Regierungspartei von Präsident Erdogan. Und sie sind zusammen in einem Wahlbündnis und die MHP dient letztendlich als Mehrheitsbeschaffer für die AKP. Also man sieht hier, dieser nationalistische, bis hin zum faschistischen, ideologische Grundgedanke hat sich geöffnet dem Islamismus. Und da kommen wir wieder ins Bild, wo Präsident Erdogan bei einer offiziellen Wahlkampfveranstaltung sogar das Zeichen dieser faschistischen Gruppe gezeigt hat. Mein Fazit also, die Grauen Wölfe sind keine harmlosen Nationalromantiker, sondern knallharte, faschistische, hasserfüllte Hetzer. Die gegen eine ganze Bandweite von Minderheiten hetzt, von Juden über Armenier, über Kurden, über Griechen, über homosexuelle Kommunisten und so weiter. Und es ist eigentlich sehr beunruhigend zu sehen, wie frei sie sich in Deutschland bewegen können und ihren Tätigkeiten nachgehen können. Und ich glaube, da wäre es wirklich mal an der Zeit, dass dagegen vorgegangen wird und dass nach dem Vorbild von Frankreich die Grauen Wölfe auch in Deutschland endlich verboten werden.